Hier ist wieder der Testbeschrift von YouTube und heute stelle ich euch ein Sternkissen vor. Was leuchtet? Wo es das zu kaufen gibt? Das schauen wir uns jetzt erst mal an. Das nachher gezeigte Kissen könnt ihr auf AliExpress bestellen. Das ist aus China. Gebt einfach mal in der Suche Kissen Sterne ein. Dann bekommt ihr die unterschiedlichen Produkte angezeigt und ihr seht hier Kissen kostet um die 8,50 Euro. Ihr braucht eine Kreditkarte und das ganze dauert so zwei bis drei Wochen bis es in Deutschland ist. Und jetzt das Kissen passt farblich ideal zu PIK von Minecraft. Die verarbeitet ist wirklich sehr sehr gut. Da gibt es gar nichts zu bemängeln. Alles ordentlich vernäht. Und das schöne an dem Kissen ist es richtig flauschig, fluschig, weich. Hier oben kann man es noch aufhängen. Und jetzt schauen wir uns mal die Leuchtfunktion an. Ihr müsst erst einen kleinen Reißverschluss öffnen. Der befindet sich hier. Und dann kommt ihr in das Batteriefach. Da kommen dreimal AA Batterien rein. Zum Einschalten müsst ihr hier einmal auf ON drücken. Und zum Ausschalten wieder erneut. Es gibt einen Modi und den schauen wir uns mal im Dunkeln an. Schalten wir es mal ein. Und so schaut das dann im Dunkeln aus. Ihr seht, nach einer gewissen Zeit wechseln die Farben dann automatisch. Hier haben wir das Kissen. Jetzt gehe ich mal gerade so drei Meter hinten bei mir ins Eck. Und dann seht ihr mal, wie intensiv das dann leuchtet. Also man kann es noch richtig gut erkennen. Jetzt habe ich euch das Sternkissen auch mal kurz vorgestellt. Ich finde das richtig klasse. Verarbeitung ist sehr gut. Des Weiteren sieht es toll aus. Es ist richtig fluschig, flauschig, weich. Im Dunkeln sieht es natürlich dann auch prima aus. Und wer Interesse daran hat, der Link dazu dann im Text fällt unter dem Video. Das war euer Testwünsche von YouTube. Ich sage euch und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr euch abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.